So Leute, und wie ihr gesehen habt, letzte Woche waren wir beim Workout mit Alex über eine Stunde Krafttraining und das H-System hat gehalten. Jetzt mache ich den ultimativen Test, 15 Minuten Sauna und danach duschen und dann sehen wir uns gleich wieder und dann gucken wir, ob das H-System wirklich noch hält. So, Sauna durch, duschen durch, wie ihr seht, das H-System hält. Ich persönlich gehe fünfmal die Woche zum Sport, Alex auch. Wir beide tragen ein H-System und es hält. Wie ihr seht, braucht ihr gar keine Angst haben. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr es kleben sollt, dann guckt das letzte Video, da zeigt euch Alex alles weitere. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Ciao, euer Nico. Ciao, euer Nico.